Es geht um die Wurst. Oder besser, um das Goal. Das Runde muss in die Ecke gehen. Bringt Oliver den Profi-Goal Patrick Folletti zu Fall? Fallen, fallen, fallen. Contradictions, get me everything I want. I'll let you know, but I think it's gonna take a while. It's a clear view. 4 von 10. Eine wackele Leistung von Oliver. Was meint ihr? Klickt jetzt und wählt ihn.